Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Painscree Killings. Wir sind diese Trinity Church jetzt hier lang gelaufen und müssen jetzt hier einfach direkt rausgekommen sein. Das heißt... Maple ist die andere. Das haut aber irgendwie nicht hin. Wenn das hier der Maple Drive ist, dann sind wir doch jetzt nicht. Wisst ihr, wir sind doch gerade bei der Trinity Church raus. Oder sind wir hier hinten lang? Komm hier, dann ist die Karte aber halt echt arschig, oder? Also ich würde furchtbar gerne... Mach mal wieder das rechts rum. Ich würde furchtbar gerne, bevor ich zum Anwesen von Ihnen... Möchtest du Painscree Killings verlassen? Nein! Äh, würde ich gerne... Wie geht's zu dem Anwesen von denen, ne? Das Auto öffnen und diesen Code ausprobieren. Irgendwann müssten wir auch zu diesem Fotoladen kommen. Okay. Da geht es lang. Hier sind wir bei Silver und hier sind wir bei Walnut. Gleich mal Walnut. Da geht's zu Town Center. Ja, ich habe erst gesagt, immer rechts folgen, ne? Eigentlich müsste ich das jetzt hier weitermachen. Na, lass uns mal hier rechts folgen. Alle war das Fotografie. Auch abgeschlossen. Wir haben keinen... Nein, sorry, hier. Ne, wir haben keinen Schlüssel. Ich sehe mir fast an, dass wir den noch irgendwo bekommen. Hm. No parking. Okay, hier ist auch zu. Wer mal das Rechtsgebot sagt, wir müssen erst hier rein. Ist auch so ein kleines Kaffeechen, sag ich mal. Das wäre es halt auch, wenn hier einfach mal irgendjemand seinen Schlüssel vergessen hätte oder so, ne? Und man müsste rauskriegen, man müsste wirklich von Tür zu Tür rennen und die Ausdauer besitzen, um rauszufinden, wessen Türschlüssel das gewesen ist. Wir sind jetzt hier wieder vor dem Anwesen von denen, oder? Ich denke schon. Lassen wir uns mal kurz die Straße hier runter ran. Hm. Was ist das? Okay. Da möchte ich aber, wie schon gesagt, noch nicht hin. Es ist auch schön, dass das Spiel mich da jetzt hinlenkt, aber... Schön in die Blumentöpfe gucken. Ich habe das letzte Mal mal gesehen, da war was im Blumentopf. Da bin ich schon drin, ne? Erinnere mich. So. Ja. Ich glaube aber, hier bin ich nicht mehr weitergelaufen. Kann das sein? Oh! Warum komme ich da rein? Ich habe mich so erschrocken davor, dass ich in eine Tür reinkomme. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, ich habe gedacht, ich kann... Weil es ist so ein Schiebetür, ne? Schiebetürtor. Du wißt schon. Ich habe gedacht, ich kann das schieben. Heilige, wo bin ich denn jetzt? Oh! Community Hospital. Ich will nicht bei einem Hospital sein. Wo bin ich denn langgegangen? Ich will doch einfach nur an den Start der schönen Karte zurück. Ne. Warte mal. Hier ist außerdem so eine eklige Musik wieder. Hier würde ich noch nicht sein, glaube ich. Wir gehen noch mal. Wir gehen noch mal. Wir kommen wieder. Aber das sind halt diese großen... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir rein können, das Krankenhaus. Ich glaube, wir können in alle großen Sachen rein. Also wie das Anwesen, das Krankenhaus. Na gut, in das Café konnten wir jetzt nicht rein. H www.havee-hospital.net so Ah, hier waren wir. Okay, wir sind, wir sind auf gutem Wege. da haben wir auch für dich behaupten hier sind türen offen so weil wir machen erst das auto würde ich sagen machen das so hier von der anderen seite rein 13 märz 97 an pd steven moss police deputy ich habe keine ahnung durch eine enge freundin bin ich auf sie aufmerksam geworden ja detektiv da steht sie haben sie hat sie mir empfohlen und gesagt sie seien ein anständiger mann mensch und ein verlässlicher detektiv daher möchte ich sie bitten einen fall zu untersuchen der sich 1995 in einer stadt namens pain streak ereignet hat den mord an vivian roberts okay das in irgendeinem artikel oder so haben wir gelesen dass da ein detektiv gewesen ist erinnert ihr euch oder war das das schreiben von unserem redakteurchef kann auch sein ich war dort als es geschah und die leiche wurde vor den toren des anwesens platziert damit jeder sie sehen konnte einige tage später wurde scott brux als verdächtiger festgenommen es gab jedoch nicht genügend beweise weshalb er kurz darauf wieder freigelassen wurde 18 monate später die polizei vivians fall als ungelöst zu den akten gelegt ich habe versucht alles zu vergessen aber ich schaffe es nicht ich will einfach nur die wahrheit wissen anbei schicke ich ihnen den drohbrief den wir werden am tag ihres todes bekommen hat ich hoffe er hilft ihnen weiter aus sicherheitsgründen möchte ich momentan noch anonym bleiben ich werde die erste anzahlung im guten glauben daran machen dass sie mein angebot annehmen wenn der fall gelöst ist sende ich ihnen den rest der summe mit freundlichen grüßen anonym ich weiß was du getan hast trifft mich um mitternacht am brunnen du weißt welcher komm allein private investigator member of the world wide private investigators union steven moss mit einem schluck trinken moment okay mhm 26.03.97 die untersuchung läuft nur langsam ich habe versucht die menschen zu erreichen aber viele haben painstreet verlassen und die die noch da sind ziehen bald aus ich habe einige beweise dafür gefunden dass nicht alles ist wie es scheint die medien haben es sich richtig dargestellt ich muss einige der leute befragen die auf dem anwesen gearbeitet haben ich war zu vorsichtig und habe mich noch nicht darum gekümmert matthew scheint scotts gesetzliches elternteil zu sein spricht immer noch nicht mit ihm okay ich muss morgen das st patrick's waisenhaus besuchen es ist eine tagesfahrt von hier entfernt ich weiß dass gott dort etwas gefunden hat irgendwas stimmt ganz und gar nicht an der sache okay 30.03.97 vivian hat charles 1971 geheiratet nach der haare heirat wurde sie vizepräsidentin der roberts mining company sie ging nach dem minenunfall entschuldigung musste ich gehen 1973 in rezessionen aber ihr unwillen aufzugeben führte sie dazu die firma vom grund auf neu aufzubauen sie hat regionale geschäfte wie das painstreet community hospital unterstützt und das kleine dorf wieder mit leben zu füllen sieht es aus als wäre sie öffentlich sehr aktiv gewesen zu aktiv sie wurde 1974 für eine notoperation ins painstreet community hospital eingeliefert kurz davor wurde trisha roberts geboren vivian war für ein paar monate im krankenhaus während dieser zeit war sie auf dr henry johnson angewiesen security room sicherheitsraum anwesen nehmen wir auch mal mit das geheimnis liegt bei ihr hier haben wir alles haben wir jetzt ein blutiger handabdruck kofferraum scheint das ding nicht zu haben hier lassen wir offen hat er keinen schlüssel drinstecken oder sowas naja besser okay hier auch nicht in dem ding ist drin wir hatten auch noch ein auto vor dem friedhof gesehen das können wir dann auch versuchen zu knacken was ich aber zuerst machen möchte ist zu dem geheimversteck zu gehen das ist ja hier lang mit dem. Ich wollte hier einen Antrag machen. Süß. Was ist da noch? Liebe Sophia, bitte warte auf meine Rückkehr. Liebe Matthew. 18.03.75 Jeder Augenblick, den ich mit dir verbringe, fühlt sich wie ein wahrgewordener Traum an. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Warte mal, ich dachte, jetzt treffe ich hier von Trisha und Scott Staff an. Bitte warte auf meine Rückkehr. Sophia. Ähm. Hatten wir in Sophia schon mal gelesen? Liebe Sophia, es ist eine Weile her, seit ich dir das letzte Mal geschrieben habe. Ich war sehr beschäftigt. Ich hoffe, dir geht's gut. Vater Kevin hat mich gelehrt, ein Mann Gottes zu sein. Mein Vertrauen in Gott und mein Mitgefühl mit anderen Menschen wachsen zu lassen. Wenn ich die sehe, die keine Betten zum Schlafen und keine Nahrung zum Essen haben, ist mein Herz bei ihnen. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Pater Kevin hat mir mehr und mehr Verantwortung übertragen. Es scheint, als würde er sich bald zur Ruhe setzen. Er hat mir sogar seinen Lieblingsschreibtisch im Arbeitszimmer gegeben. Ich habe seinen Code auf 0318 geändert. Okay, da können wir gleich nochmal zurückgehen. Deinen ersten Tag im Waisenhaus. Okay. Nee, weiterlesen, weiterlesen. In Payne's Creek ist es momentan sehr ruhig. In dieser kleinen Stadt passiert nicht viel. Oliver ist immer noch Payne's Greaks Eventfotograf. Okay. Er spricht mit ihr, als wäre sie eine Bewohnerin gewesen. Also als würde sie sich das alles kennen. Charles und Vivian führen ihr Geschäft wie üblich. Trisha ist jetzt sieben. Sie ist wirklich klug und liebt es, bei ihrem Dad zu sein. Dorothy ist immer noch die Dorothy, die wir alle lieben. Bernard ist immer noch der verlässliche Butler. Ich glaube, er wird nie ersetzt werden. Was mich betrifft, ich bin immer noch hier und warte auf deinen Rückkehr. Okay, warum erzählt er das so alles? Erinnerst du dich an den Dachboden in der Kirche? Nun, dort verbringe ich momentan die meiste Zeit. Und mache Holzschnitzereien. Da waren wir gar nicht, ne? War wahrscheinlich keine Tür nach oben? Dabei kann ich gut entspannen. Hey, ich bin inzwischen sogar richtig gut darin. Manchmal denke ich an dich und wie wir Zeit miteinander verbracht haben. Ich weiß gar nicht, ob du je realisiert hast, wie ich für dich empfunden habe. Seit du fort bist, schreibe ich diese Briefe. Aber ich schicke sie nie ab. Und um ehrlich zu sein, tue ich das, weil ich keine Ahnung habe, wo du dich derzeit auffällst. Zur gleichen Zeit lässt mich das Schreiben fühlen, dass wir uns noch nahe sind. Heute ist der sechste Jahrestag deines Weggangs aus Painscreek. Ich weiß immer noch nicht, warum du gegangen bist. Alles, was ich sagen will, ist, pass auf dich auf. Das wird mein letzter Brief sein. Ich hoffe, dich eines Tages wiederzusehen. Mein ewiger Liebe, Matthew. Okay. Okay. Ähm. Das ist mal offen. Wir müssen hier lang. Wir müssen gar nicht hier lang. Ah, hier. Okay, ähm. Ähm. Weiß Gott, haben wir erst mal nichts weiter. Wir haben jetzt das, ähm, nochmal die Kirche. Und nochmal den Friedhof, welch eventuell dort das Auto knacken kann, falls in dem Auto was drin war. Ähm. Ich erinnere mich nicht mehr. Ah, der war der Market. Okay. Was hält ich hier oben noch gar nicht wahr? Ich glaube, ich bin rechts lang gegangen, ne? Können wir einfach mal diesen Weg hier lang schlendern. Ah, hier kann ich runter zum Farmers Market. Okay. Okay. Klar, Rup, hier war ich von der anderen Seite erst hochgekommen. Hier ist das Café-Dings, ne? Hm. Wo sind wir? Town Center. Ah, hier ist das andere Dings. Genau, genau, genau. Hier waren wir schon drin. Ja. Ach, das ist ein Schatten. Sonst würde da was auf dem Tisch liegen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die hier alle abgefrühstückt hatte. Deswegen gucken wir hier jetzt gerade mal schnell. Doch, hier sind wir gewesen. Gut, gut, gut. Dann ordentlich hinsetzen. Dann rennen wir jetzt den Weg zurück. Weil, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu dem Friedhof und so weiter hier hinten irgendwie lang ging. Aber ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Wir werden es feststellen. So groß ist die Stadt ja nun auch nicht. Ah ja, genau. Ja, es geht auch nicht auf. Hintere Tür kann ich nicht öffnen. Auch kein Kofferraum. Auch nicht. Nichts im Auto. Liegt auch nichts im Fußraum, ne? Ne, leider nicht. Hier waren wir schon. Dann kamen wir ja eh nicht lang. Okay, also können wir gleich zu der Kirche gehen. Und zum Tisch vom Pater. Wo wir jetzt ja wissen, wie der neue Code lautet. Aber, liebe Leute, wenn ich jetzt... Das ist krass. Das sah super gruselig aus, wie das so aus der Wand rauskam. Ähm, liebe Leute, wir sind aber jetzt auch schon wieder bei 23 Minuten angekommen. Deswegen würde ich sagen, kleine Pipi-Pause für uns alle. Oder jeder holt sich jetzt auch nochmal was Schönes zu trinken, wenn die neuen Folgen schon draußen sind. Und dann, wenn wir uns wieder alle hier eintreffen und die nächste Folge anschauen, dann haben wir wieder was zu schlürfen. Wann alle Pipi machen und wir können in Ruhe weitermachen, oder? Machen wir so, würde ich sagen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020